Drücken der Dreiecktaste abfeuern. Ich muss diese Riesen-Ninjas in diese roten Kraftwerke schlagen. Nein, nein, er war größer. Sagte ich, dass er Laseraugen hatte? Das war eine Redewendung, Schlaumeier. Er hat ganz stark geschielt. Ich weiß, das sah übel aus, aber ich habe mich treffen lassen, um ihn in falscher Sicherheit zu wiegen. Kawumm. Boom. Zing. Kablong. Da waren wir nun, aber er hielt meinem Blick nicht stand. Ich konnte die nackte Angst in seinen Roboter-Augen erkennen. Ich wusste, ich würde den Kampf wenden können, wenn ich Ass im Ärmels eigene Geschosse gegen ihn verwenden würde. Besonders die Bomben. Ich musste an sie rankommen. In diesem Moment klemmte mein Blaster und ich holte meinen treuen Saugmeister 3000 hervor, den ich immer für Notfälle dabei habe. Der Rest ist Geschichte. Au, das war meine gute Seite. Aber dann griffen Roboter-Ninjas an. Riesen-Roboter-Ninjas. Nein, nein. Sie waren größer. Sie waren massig und konnten, äh, 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 nin, äh, nin, äh, nin, jitsu. Und, und, und es wurden immer mehr. Viel mehr. Überall kamen Ninjas zum Vorschein. Und, und sie explodierten. Ja, genau. Oh, riesige, explodierende Roboter-Ninjas. Und so wurde die Stadt gerettet. Zumindest die Teile, in denen wir nicht gekämpft hatten. Natürlich war das Monster nicht weggelaufen. Es sammelte, äh, 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 Zerstörer-Energie aus, äh, den, äh, umliegenden Kraftwerken. Und dann setzte das Monster seinen Mega-Todesstrahl ein. Rang beiseite. Aber es war immer noch hinter mir her. Doch wie allen wahren Helden fiel mir etwas ein. Ich wusste, dass ich seinen Angriff durch eins der Pharmakolo-Dingsbums-Gebäude abwehren konnte. Mit der Kreistaste feuerst du meinen geliebten Blaster ab. Äh, vertippt? Moment mal, habe ich das so gesagt? Es war ja ganz anders. Oh, Moment. Eigentlich war es ja so. Die Kanone sieht nützlich aus. Quarktastisch! Riesen-Kutsu ist immun gegen Blasterbeschuss. Zeit für ein blaues Auge. Mh, Zitronen. Jetzt gibt's Limonade. Der Bug ist so scharf, dass er alles durchschneidet, wenn ich richtig Gas gebe. War mir ein Vergnügen, die Damen. Höre ich das Flehen gefangener Weltraum-Nonnen? Gleich zur Stelle! Fliegt in die Luft! Taste für einen heldenhaften Schlag. Sie stecken dort drinnen fest. Wie kriege ich sie da raus? Diesen Raumpiraten werde ich zeigen, was ein Quark ist. Ups, hier geht's nicht lang.